Freunde der Sonne, BDO hat wieder mal ein Update gekriegt, heute ist der 20.05.2020, ich bin wieder da mit einem neuen Video und zwar den Black Desert Online Patch Notes. Wenn ihr euch dafür interessiert, was zum einen für neue Events raus sind, zum anderen im Pearl Shop ein Angebot ist und was es für Updates für das Spiel an sich gab, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Beste Grüße gehen natürlich raus an meine Sponsoren hier auf YouTube, vielen Dank für eure Mitgliedschaft, Sorcel und Crazy Dizzy, geiler Support. Wir fangen mal ganz locker an, was ist diese Woche im Angebot? Da hätten wir einmal das Rundum-Sorglos-Paket, Vorteils-Paket, 15 Tage, Inventory-Slots, Pet, Set und ein paar Coupons für läppische 4000 Pearls. Das nächste Package ist ein Wiedergeburts-Sets in Verbindung mit 20 Erinnerungen eines Handwerkers und ein Vorteils-Paket, 15 Tage, sowie weitere Coupons. Weiteres Schnäppchen für 180 Perlen, dreimal Erinnerung eines Handwerkers, dreimal Kronz, dreimal Walzschrei, dazu als Bonus obendrauf, drei Schriftrollebeute und drei Arbeit- sowie Kampf-EP-Rollen. Eine größere Herausforderung, ich dreh komplett durch 16.000 Pearls, Leute. Tauschschein für Kampf-Talent-EP, Tauschschein für Hauptwaffe, Tauschschein für Sekundärwaffe, Tauschschein für Erweckungswaffe, ein Premium-Set, 15 Tage Kammershilfe, 15 Tage Altmundbuch, 16 Inventar-Erweiterung, junge, 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 ganze 42% Rabatt. Dann gibt es noch im Angebot leckere Premium-Outfits, drei zum Preis von zwei. Weiteres Angebot, fünf Pets für 4.235 Perlen, 30% Rabatt, unter anderem ein Holter-Die-Polter und ein Choppi-Frettchen, kleines Lamm und ein Otter. Dann haben wir noch ein Verstärkungspaket im Mai, 1.190 Perlen, 30% Rabatt, 20 Erinnerungen eines Handwerkers, 20 Walzschrei und 20 Kronz-Dotes als Bonus obendrauf, noch ein 20er Feldsteck und fünf reiner magischer Schwarzstein. Ein weiteres Paket, das Welt-Schildkröten-Tag-Paket, 2.470 Perlen, 35% Rabatt hier Leute, dreimal eine Schildkröte, zweimal eine Anpassung Begleiter obendrauf und 20 Wachstumstabletten für die Pets. Sowie ein Mint-Farbstoff-Kisten-Paket. Makellose Erinnerungen, Leute, Artisans bzw. Erinnerungen eines Handwerkers ist hier wieder mit am Start, 4.480 Perlen, 30% Rabatt, 100 Artisans bzw. Erinnerungen eines Handwerkers, 150 Kronz-Dotes, 30 Walzschrei und dann kann man noch zusätzlich wählen zwischen entweder fünf makelloser magischer Schwarzstein oder zehn reiner magischer Schwarzstein. Als Bonus gibt es nochmal zwei 20er Feldstecks und 20 Erinnerungsfragmente obendrauf. Paket Schwergewicht, fettes Rabattpaket hier für 4.830 Perls, 30% Rabatt. Darin ist enthalten einmal 300 LT-Traglast, einmal 250 LT-Traglast und einmal 200 LT-Traglast. Zusätzlich obendrauf gibt es nochmal 30 Fintus frischer Saft. Das Paket stark und göttlich, 2.500 Perlen. Darin enthalten ist ein Segen der Kammershilfe, 15 Tage, geheimes Buch des Altmonds, 15 Tage und Bonus 20 Loot Scrolls. 20% auf ein leckeres Thamer-Kostüm hier, das Premium-Set Seerose, 2.720 Perlen. Eine glänzende Abenteuerkiste, 990 Perlen. Die gute alte Scambox. Holen werde ich sie mir trotzdem. Dann gibt es hier nochmal ein Spezial-Gold-Accessory für 33 Loyalitätspunkte. Dafür gibt es drei goldene Accessory mit Klammern Ohren. Okay. Soviel zu dem Perlenladen, springen wir in die Patch Notes. Die Patch Notes, 20. Mai 2020. Ein großer Teaser hier. Black Desert sucht die Supershy. Warum? Shys können ab sofort Musik komponieren. Kleiner Spaß am Rande. Wie das genau aussieht, da kommen wir wahrscheinlich noch zu im Verlaufe dieser Patch Notes. Springen wir in die Events. Das erste Event, Eventzor mit Saison. Bis zum 17. Juni gibt es leckere Anwesenheitsbelohnungen im Wert von über eine Milliarde Silber. Da ist hier allerlei dabei. Lecker, lecker, lecker. Aufgrund des vorherigen Events, Wünsche an den Himmel, genießen jetzt alle Server bis auf Olvia 100% Kampf-EP-Boost und 20% Talent-EP-Boost. Zudem verteilt Shakatu Gold. Das Grinden, Sammeln und Fischen gibt uns gewisse Goldbarren. Zudem können wir durch Anwesenheit maximal drei Goldbarren auch am Tag bekommen, nämlich wenn wir drei Stunden online sind. Je Stunde ein Barren. Diese Barren kann man entweder beim NPC-Händler für drei Millionen Silber das Stück verkaufen. Oder man benutzt sie im Verarbeitungsmenü L, um eine Goldbarrenkiste herzustellen. Da ist wieder mal RNG, was da rauskommt. Zudem gibt es wieder die verbesserte Version des Abenteuer des Schwarzgeistes. Escape, Abenteuer und wir können sehen, es gibt hier leckere Shakatu-Kisten-Arbeit, Shakatu-Kiste-Kampf und so weiter und so fort. Also hast du zu würfeln, fünfmal am Tag Minimum. Bis zum 3. Juni können wir jeden Tag im Perlen-Shop für eine Million Silber eine Beuteschriftrolle kaufen. Leute, das ist geil. 100% Beuterate, 50% Beutebänge. Einmal am Tag. Soviel zum Mit-Saison-Event. Das nächste. Black Desert sucht die Super-Schei. So wie das aussieht, können Shai's jetzt Musik komponieren und das beste Stück der Community wird gesucht und vom BDO-Team ausgewählt. Über die Auswahl kann die Community dann abstimmen. Die Einsendefrist für eure Songs ist der 7. Juni, 23.59 Uhr. Das BDO-Team sucht sich die Stücke raus. 8. bis 10. Juni. 11. bis 16. Juni hat die Community Zeit abzustimmen. Am 17. Juni wird dann der Gewinner angekündigt und die Belohnungen werden jeweils am 24. Juni verteilt. Für den Song Contest gibt es verschiedene Themen. Lied der Verstärkung, Lied der Erlangung, Lied der Jagd und so weiter und so fort. Da könnt ihr pro Thema ein Song einreichen. Ihr bekommt allerdings, selbst wenn ihr 5 Songs einreicht, nur eine Belohnung. Da haben wir auch ein paar leckere Preise, wie zum Beispiel für den Erstplatzierten ein Vorteilspaket, ein leckeres Set oder ein Altmondbuch und so weiter und so fort. Links von allen Events habe ich wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut da nochmal genauer rein. Hier gibt es nämlich auch noch Spezifikationen zur Videoeinsendung. Nämlich müsst ihr das auf YouTube hochladen und im offiziellen Forum-Thread dazu posten. Die genaue Anleitung, wenn ihr da teilnehmen wollt, entnehmt ihr am besten der Beschreibung hier. Mhh, der leckere Patrigo, Patrigo, Patrigo bekommt auch wieder Neuerung in seinem Laden, der Neidwender. Bis zum 27. Mai sind folgende Items hinzugefügt. 10-20 Kafrastein-Bundle, 15-25 Kafrastein-Bundle oder 20-30 Kafrastein-Bundle. Weiterhin läuft das Event die rechte Zeit zur Arbeit, leckere Lifeskill-Buffs und so weiter und so fort. Hatten wir im vorherigen Patchnote-Video schon angesprochen. Beendete Events sind Wünsche an den Himmel und die Erneuerung Patrigos Laden Woche 1. Scheinbar gab es wieder mal Probleme mit Garmoth, deswegen haben wir ein Belohnungspaket bekommen. Mhh, da lassen wir auch gleich hier reingucken, was wir hier leckeres haben. Ein Belohnungspaket. Danke für das Garmoth-Herz übrigens. Doreem Morgrens Abenteuerbuch. Es gibt ein neues Abenteuerbuch, Leute. Ihr wisst, ihr findet eure Abenteuerbücher. Escape, Abenteuer-Tagebuch. Und hier gibt es ein neues Fach. Dafür müsst ihr lediglich die Quest Geschichten eines großen Schmieds beim Schwarzgeist annehmen und die Stufe 56 erreicht haben. Wir alle kennen diese Bücher. Ich werde euch nochmal einen Guide zum Buch spezifisch unten in die Videobeschreibung packen. Komponieren und Musizieren. Es ist jetzt in BDO. Wichtiger Hinweis, jeder Charakter findet das im Escape-Menü. Escape, Musikalbum hier unten. Hier kann scheinbar jeder komponieren, aber nur die Shy kann es vorspielen. Also, wenn ihr komponiert, müsst ihr, glaube ich, zur Shy umloggen, um vorzuspielen. Ich glaube, das ganze System jetzt hier zu erklären, wie es funktioniert, wäre ein extra Guide wert, aber passt nicht in die Patchnotes. Wir wissen, wir können es jetzt. Zum Musizieren und Komponieren wurde jetzt auch eine Musikalitätsstufe hinzugefügt. Das Ganze kann scheinbar erhöht werden durch Questen. In den Patchnotes habe ich auch nochmal einen genaueren Guide gefunden zum Komponieren und Musizieren. Den werde ich euch natürlich auch unten verlinken. Leute, es wurden neue Gilden-Missionen hinzugefügt. Unter anderem Wildkraut sammeln. Man kennt es, die Bear-Rotation zum Sammeln. Sehr, sehr gut. Das scheint auch kein Event zu sein, sondern das scheint jetzt permanent zu sein. Killquests für Ronarus. Killquests für den Arkman-Tempel. Ich fass es nicht. Killquests für Histria. Und ebenfalls Killquests zu Stars End, beziehungsweise Sternfall. Leute, wenn ihr eure Gilde unterstützen wollt und auch an den High-End-Spots grindet, dann guckt in dieses Gilden-Fenster und schaut, ob ihr eine Killquest machen könnt. Die Ausrüstung der blauen Qualität für die Gildengalere wurde gebufft. Es gibt jetzt überall nochmal Haltbarkeit obendrauf. Einige Stats wurden erhöht. Das Gear scheint jetzt endlich mal was wert zu sein. Zusätzlich kann eine Gildengalere jetzt 360 Kanonen statt nur 120 mitnehmen. Ganz witzig, jetzt auch noch durch das Drücken von A und D, wenn sich das Schiff im Wartemodus befindet, kann das jetzt scheinbar auf der Stelle gedreht werden. Zudem haben wir noch einige nicht so relevanten Gegenstandsänderungen, meiner Meinung nach, und einige Quests und Wissensänderungen. Hauptsächlich geht es hierbei darum, dass man in der Karma-Sylf-Questreihe zum Beispiel jetzt Wissen erlangen kann und so weiter und so fort. Werde ich hier jetzt nicht im Detail durchgehen. Und auch die Nutzeroberfläche hat lediglich ein paar Fehlerbehebungen bekommen. Oder zum Beispiel, Gildenreit-T-Liste wurde überarbeitet. Okay, Dankeschön dafür. Das war's auch schon. Bekannte Probleme, bekannte Probleme. Bekannte Probleme interessieren wir uns hier nicht so für. Es gab keine Klassenchanges oder dergleichen. Sondern einmal ganz kurz zusammengefasst ist dieser Patch versehen mit zahlreichen neuen Events und das Komponieren sowie Musizieren. Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einmal ein bisschen weiterhelfen. Und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert, wenn ihr weiterhin Videos bekommen wollt. Mach doch hier eben diese kleine Glocke an, damit du auch eben mitbekommst, wenn ich neue Videos poste. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Tschüss.